So, hier haben wir jetzt die Universität. Ja, ich wollte sie unbedingt mal gezeigt haben, weil ich finde sie sehr spannend. Man geht hier durch diesen komischen Gang durch und dann ist man schon da, ja, und das hier sind schon Teile der Uni. Das hier sind schon Gebäude der Uni. Ja, hier. Wenn man hier mal guckt, dann kommt man, dann sieht man, dass sich die Uni hier langzieht. Ja, da ist dann die Mensa da hinten. Ja. Ja, manches ist auch baufällig, wie man sieht. Hier ist die riesen Baustelle. Aber ansonsten, das ist das Parkhaus für die Autos. Hier ist alles in Containern, weil hier alles Mögliche umgebaut wird und saniert wird. Das ist Wahnsinn. Aber es ist eben die größte Universität in Ostwestfalen. Raum für Spitzenbildung und das hier soll entstehen. Das ganze Ding wird also komplett modernisiert, komplett entkernt und komplett neu gebaut. Letztendlich. Raum für Spitzenbilder. Raum für Spitzenbilder. Raum für Spitzenbilder. Das hier, dieses Glas Ding, das ist der Zugang zur Station. Und normalerweise gibt es hier auch koreanisches Essen. Raum für Spitzenbilder. Aber heute sind die nicht in Bitski. So, natürlich latschen hier jede Menge junge Leute lang. Weil wir ja hier an der Universität sind, ist das ja kein Wunder. Wobei ich mich wundere, dass die Leute Lust haben, jetzt auf den Samstag da an der Uni rumzulatschen, weil eigentlich ist ja jetzt Samstag und keine Vorlesung oder sonst was. So, aber egal, wenn das ganze Ding mal fertig ist irgendwann, dann wird das ein richtig schickes Ding werden, aber bis dahin wird es noch dauern.